Moin und ganz ganz liebe Grüße von mir. Der Mittellandkanal steht im Mittelpunkt dieses Videos. 17. Dezember und eine kleine Eisschicht auf dem Mittellandkanal. Das haben wir lange nicht mehr gehabt, dass so früh der Kanale grande zufriert. Ich finde es ja besonders toll, wenn dann die Binnenschiffe kommen und man hört, wie das Eis bricht. Fünf Binnenschiffe gibt es im Laufe des Videos zu sehen. Ich sage ganz viel Spaß dabei und nun geidert los. Fünf Binnenschiffe 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 Fünf Binnenschse Jum Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Noch mal kurz ein Perspektivenwechsel. Ich filme jetzt noch mal ein Binnenschiff hier von der zweiten Kanalbrücke in Hespe. Wie gesagt, wunderschöner Morgen. Das ist, wo wir eben waren, also wo das Bootshaus ist, also Richtung Minden, Richtung Porta. Very, very nice. Wirklich traumhaft schöner Morgen. Also ganz, ganz toll. Das Eis beginnt jetzt auch so ein bisschen zu glitzern. Mega. Ich weiß nicht, ob man das mit einer Action Cam einfangen kann. Ja. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich denke, ich habe jetzt wirklich aber auch das meiste mitgenommen. Das sieht so aus, durch den Schiffsverkehr, dass jetzt wirklich die kleine Eisdecke, die da war, so wie ich es mal sagen, verschwindet. Also ich werde mal gucken, ob ich noch Kleinigkeit filme. Ansonsten schon mal ciao bis zum nächsten Video. Und ja, rausgehen, macht einfach Spaß bei Freud. Und ja, rausgehen, macht einfach Spaß bei euch. Und ja, rausgehen, macht einfach Liqui. Untertitelung des ZDF, 2020